Hier gibt es ein gleiches Vornhäckchen. Hier haben wir eine Pizza. Das ist das Gleiche. Hier haben wir auch selber Schuh. Danke schön. Hier haben wir dann super, wenn wir da ist. Ganz lecker Bedienung, frische Obst, ganz, ganz lecker. Hier ist dann so ein bisschen türkisch, mit frischem Backen. Das ist super lecker. Hier herrüben ist dann das Hauptrest daraus. Da kann man einmal komplett ringsherum und überall gibt es lauter Leckerheit. Das genauso wie das Hauptmittag. Nur noch ein bisschen näher und ein bisschen besser von der Aufmachung mehr. Da wird schon viel näher. Da gibt es dann noch ein bisschen Kalee. Oh, lecker, 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 lecker. Da gibt es Kalamaris. Das ist Doppelfrei. Und vorne ist dann noch mal das Haupt. Und auf der anderen Seite hat man dann wieder noch Salat, Vorspeisen, alles, was man mahlt. Na, gibt es dann auch noch mal alles. Etwas mit Nudeln, Spaghetti. Und hier gegenüber. Das ist dann genau das Vorspeisen-Buffet. Und dann bin ich einmal mit euch alles abgelaufen. Das sieht dann wirklich super lecker aus. Was man braucht. Jetzt ein bisschen rein oder flut. Dekorationsbrauch. Hier ist die Schild. Schinken und verschiedene Käse. Hier haben wir dann wieder. Und was haben wir wieder? 16 verschiedene Salatsosen. Das ist echt ein Brauch. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Dass wir 16 verschiedene Salatsosen haben. Das ist der Brauch der Wartse. Gute Salatbefehl. Und auch gute Paprika. Zwiebeln. Und Kohlgebäne. Das ist der Brauch der Wartse. Und wir kommen noch... Das ist der Brauch der Wartse.